Guten Morgen Deutschland, heute werden wir etwas tiefer in unser Menschsein eintauchen und ich werde Euch auch zeigen warum ihr Angst vor dem Tod habt und wie ihr damit umgehen könnt. Wer da im Laufe des Videos etwas die Bindung zum Thema verliert, der kann jederzeit als leichtes Kontrastprogramm zu dem Video von meinem Besuch bei der Revolution in Berlin oben in den Infokarten wechseln, also starten wir und denken gemeinsam an all die Dinge die uns umgeben. Alle Häuser, alle Bäume, die Menschen, die Farben, die Gegenstände, einfach alles was uns umgibt. Ihr kennt alle das Gefühl wenn wir Dinge oder Menschen betrachten und diese wirken auf uns mit ihrer eigenen Bedeutung, ihrem Wesenszug oder einem gewissen Merkmal. Und auch ich der Mensch stehe hier mit einem gewissen Wesenszug und Merkmal und werde etikettiert und etikettiere mich aber auch selber. Ich stehe hier und versuche die Welt zu begreifen, zu formen. Das machen wir alle in unserem Leben. Und dann erkennt man auch dass die Dinge immer in Relation, in Beziehung zu anderen Dingen stehen und dass dadurch erst eine Bedeutung gewonnen wird. Man sucht sich irgendwas aus der Umwelt heraus und dann macht man es zu seinem Objekt der Betrachtung, des Empfindens oder seiner Gedanken. Es ist nicht so dass dieses Objekt aus sich selbst heraus ausstrahlt und eine universelle Bedeutung und Bezeichnung hat. Wenn wir in diesen Tagen auf einen Flüchtling schauen, der an uns vorbeigeht, dann hat dieser Mensch für den Betrachter immer eine eigene Bedeutung. Gleiches gilt auch für weniger komplexe Dinge wie ein Bild, ein Gegenstand oder eine Farbe. Wir haben Emotionen und wir geben den Dingen durch unsere Beziehung damit eine Etikettierung, eine Bezeichnung, eine Bedeutung. Wir bezeichnen das Braun als Braun, eine Abfolge von Sprachlauten, weil es in Kontrast zu Blau steht und zu all den anderen Farben die wir wahrnehmen. Wir wissen mit dieser Bezeichnung dann was gemeint ist. Wir schaffen eine Struktur, das Braun strahlt aber keine universelle Braunheit aus und hat auch nicht seine eigene braune Natur, sondern wir haben es Braun diese Abfolge von Sprachlauten genannt. Weil unser Gehirn unter dieser Unterscheidung diesen Kontrast zwischen den Dingen braucht. So ist alles was wir durch unser Gehirn wahrnehmen in einem riesigen Netzwerk der Existenz eingeordnet und genauso ordnen wir auch das Ich in dieses Netzwerk ein. Wir können gar nicht anders. Unser Gehirn arbeitet so. Das Denken arbeitet so. Es ist also nicht so dass hier mein kleines Ich losgelöst von der Umwelt steht, ein unabhängiges Wesen losgelöst von der Welt und das aus sich selber herausstrahlt und seine eigene universelle Bedeutung hat, sondern in jedem von Euch werde ich eine andere Bedeutung haben. Und ich selber setze mich auch in Relation zu allen Dingen und die haben eine gewisse Bedeutung. Aber egal welche Persönlichkeit und Bedeutung ich oder ihr für Euch zu glauben habt, wir sind immer einfach in eine riesige soziale Struktur eingebettet und daher ist es in unserer Gesellschaft oft auch immer so dass die Menschen total panisch werden wenn es um das Thema eigenen Tod geht und total den Halt verlieren, weil sie verlieren die gesamten Zusammenhänge und diese soziale Struktur und damit auch die Identität die sie für sich in ihrem Gehirn kreiert haben. Und dann kann im Tod natürlich diese Identität nicht mehr existieren und solange man eben auf diesen Strukturen beharrt und sagt das bin ich und diese kreierten Beziehungen braucht um sich selber zu definieren, solange ist das dann auch so dass man das Gefühl hat wenn diese verschwinden, verschwinde auch ich und alles geht ins Nichts. Das Problem daran ist dass wir denken dass es mit unserer Geburt den Moment gab wo das Leben erst begonnen hat. Der Moment wo unser Gehirn angefangen hat Strukturen zu erschaffen. Dort wo unsere von ihm geborene Identität angefangen hat zu existieren. Aber woraus wurden wir denn geboren? Aus Leben. Unser Gehirn ist nicht der Start und der Tod ist auch nicht das Ende des Lebens. Also kann auch das Gehirn nicht zurate gezogen werden wenn es um das Leben geht, sondern nur wenn es um das Gehirn und seine Strukturen geht. Das Ende unseres Gehirns ist das Ende dieser Strukturen die es geschaffen hat, aber nicht des Lebens. Wenn Menschen in den Spiegel schauen und sehen kein Menschen darin werden sie auf Panisch. Viele versteckte Kameraformate bedienen sich genau diesen Umstand. Wir sehen keine Person in dem Spiegel und unser Gehirn fragt uns im ersten Augenblick bevor wir dann in eine versteckte Kamera denken, ob wir ein Geist sind oder ob wir überhaupt leben. Das sind so die ersten Sachen, Assoziationen die durch unseren Kopf gehen. Kurzzeitige Irritationen, total ohne Sinn. Unser Gehirn hat einfach nur abgespeichert die Struktur geschaffen dass in dem Spiegel eine Person sein muss, obwohl wir doch eine ganz klare Wahrnehmung des Lebens haben. Aber genau das ist das Problem. Wir definieren das eigene Leben nicht durch das Leben selber, sondern durch unser Gehirn. Unser Denken entscheidet was Leben und Tod bedeutet. Nicht die Realität. Die ganze Struktur des Gehirns ist dafür verantwortlich mit allen Etikettierungen, zugewiesenen Bedeutungen und entsprechend erlernten Emotionen. Also die Identität an der wir so festhalten und über die wir nachdenken unterscheidet sich offensichtlich vom realen Sein. Natürlich haben wir Bezeichnungen für das Leben des Ichs wie Nationalität, Größe, Gewicht, Geschlecht usw. Aber das ergibt sich nur daraus dass unser Gehirn Dinge in Beziehung zueinander setzt. Es ist nicht so dass wir da sitzen und ein unabhängiges, universelles DEUTSCH aus uns heraus energisieren. Aber solange wir diese Strukturen zulassen, dass sie uns prägen und so weiter werden wir auch ein Problem damit haben. Nicht nur offensichtlich mit dem Tod, sondern auch im Leben. Wir werden unsere Werte, unser Ich immer wieder verteidigen und wie jemand stellt diese Strukturen in Frage. Auch wenn diese Strukturen überhaupt keine wirkliche eigentliche universelle Bedeutung haben. Das ist wie wenn man andere Leute überzeugen möchte, dass es wirklich ein Geist ist, den man selber sieht. Man ist so überzeugt und auch wenn man über die Arbeitsweise des Gehirns und dessen Strukturen Bescheid weiß, ignoriert man das und will es oftmals einfach nicht wahrhaben. Die meisten Menschen denken und handeln so. Sie erkennen potenziell Dinge, aber sie weigern sich diese umzusetzen. Der Umstieg auf eine fleischfreie Kunst ist da auch ein gutes Beispiel aus der Vergangenheit. Und das Problem ist eben diese Identität die wir für uns mit unserem Gehirn geschaffen haben, wer wir sind, was wir sein sollten, wie wir uns andere Menschen behandeln sollten, was wir mögen, was wir nicht mögen. All dieser Blödsinn in dem wir gefangen sind, das ist das Problem. Wenn wir also wirklich mal all dieser Dinge bewusst sind, dass auch nichts losgelöst voneinander existiert und dass nichts seine eigene Natur hat, dann entspannt der Geist und verlieren wir die Angst vorm Tod. Dann erkennen wir, dass da niemand ist, den wir verteidigen müssen. Schaut mal wieviel Zeit des Tages wir damit verbringen diese Strukturen zu verteidigen, die nicht mal real existieren, natürlich nicht in dem Sinne wie unser Gehirn denkt dass Existenz definiert ist. Jedesmal wenn wir uns über den Tag verteidigen und das tun wir alle, weißt du was wie, warum schaut mich ein Mensch so an, wie redest Du mit mir. Ich habe es verstanden aber Du verstehst es nicht. Immer wenn das passiert versuche innezuhalten und zu überlegen, was ist das Ding was ich denke das existiert und ich verteidigen muss und existiert es so wie ich denke das es existiert oder ist es nur mein Gehirn und dessen Arbeitsweise. Ich hoffe ich konnte ein paar von Euch erreichen und einfach diese festgefahrenen Strukturen etwas klarer darstellen, die man in sich trägt, die auch ich in mir trage und die dann immer wieder zu Tage treten und die uns Angst machen wofür wir eigentlich überhaupt keine Angst haben brauchen. Ich wünsche Euch noch einen wunderschönen Sonntag und freue mich morgen wieder die neue Woche zu Beginn mit Euch. Bis dann Euer Christian.